Es setzt mich diese Person so herab Das geht so gut, ja, brennt die Kampfe, was? Auf so ne Art und Weise quatscht die alte mich voll und der Kerl mit diesem dummen Veränderungs-Scheiße in die Stirn und in die Augen und die Nasen die blähen sich dann so auf wenn ich noch so gedemütigt und ah, das tut so weh und ich krieg keine Ruhe Es macht Ihnen auf jeden Fall sehr viel Spaß Das steht fest